Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial. In diesem Video würde ich dir gerne zeigen, wie du dein Unternehmen krisensicher machen kannst. Ich möchte dir ein paar praktische Tipps geben, wie du jetzt Einnahmen erzielst und vor allen Dingen, wie du dafür sorgst, dass dein Unternehmen auch in solchen Zeiten wächst. Denn ich glaube, viele Unternehmer haben derzeit folgende Probleme, zum Beispiel, dass sie ihre Mitarbeiter einfach nicht mehr bezahlen können oder sie in Teilzeitarbeit schicken. Sie kriegen beispielsweise keine Aufträge mehr rein, beziehungsweise existierende Aufträge werden gestrichen, Lieferanten liefern nicht und so weiter und so fort. Und all das sind natürlich Probleme, die viele Unternehmer derzeit beschäftigt. Ich möchte mit dir hier in diesem Video darüber sprechen, wie du dir Online-Einkommenströme aufbauen kannst, welche Online-Einkommenströme jetzt noch wirklich gut funktionieren und vor allen Dingen, welche Strategien du verwenden kannst, um sogar noch in dieser Krise zu wachsen. Aber mehr dazu gibt es gleich nach dem Intro. Bevor ich jedoch mit dem heutigen Video starte, würde ich euch gerne auch nochmal eine persönliche Empfehlung geben, nämlich die Fotografie-Akademie von Andreas, bei der ich mitgeholfen habe, diese aufzubauen. Andreas ist ein absoluter Experte, was Fotografie angeht und ich glaube, ich muss keinem von euch sagen, dass natürlich Fotografie und Branding extrem wichtig ist, wenn du dir eine Online-Marke aufbauen möchtest. Er hat Kurse zu allen möglichen Themen hier auf seiner Akademie publiziert, zum Beispiel zum Thema Smartphone-Fotografie, mit Lightroom-Arbeiten und so weiter und so fort. Und er hat jetzt für euch ein wirklich interessantes Angebot, das ich persönlich auch schon wahrgenommen habe, nämlich er bietet euch derzeit seine monatliche Mitgliedschaft, also praktisch Zugang zu allen seinen Kursen für genau 0 Euro im ersten Monat an. Also wirklich 0 Euro für alle Kurse. Ihr könnt seine Akademie mal ausprobieren, verwendet dazu den Code 1Month. Wenn ihr euch für dieses All-Access-Bundle hier einschreibt, klickt einfach hier auf Ich will Mitglied werden und gebt dann, wie gesagt, gleich beim Checkout den Code ein und dann könnt ihr für 0 Euro euch alle von seinen Kursen anschauen. Ich kann wirklich nur seine Akademie empfehlen. Ein Link zu seiner Akademie befindet sich in der Videobeschreibung. Aber machen wir mal weiter mit dem eigentlichen Inhalt vom heutigen Video, nämlich wie du durch diese Krise kommst. Welche Strategien sind jetzt wichtig? Das A und O ist erstmal, dass wir alle Ruhe bewahren. Ich weiß, dass viele Unternehmer jetzt langsam so ein bisschen in Panik verfallen und ich meine, ich kann es jeder Person nachsehen. Die meisten von euch, die jetzt ein Online-Business haben, werden vielleicht das Ganze nicht so unbedingt nachvollziehen können, weil die meisten Online-Unternehmen immer noch ganz gut funktionieren, bloß gerade Unternehmer, die im physischen Bereich aktiv sind, werden jetzt große Probleme haben. Und diese Probleme reichen, wie gesagt, von die Kunden canceln die Aufträge bis hin zu Lieferanten liefern nicht. Man bekommt bestimmte Stoffe nicht, um beispielsweise ein Produkt herzustellen und das ist natürlich eine absolute Vollkatastrophe. Und genau deswegen ist es zum einen wichtig, dass man Ruhe bewahrt, aber dass man jetzt auch die ersten Schritte macht, um wirklich sicherzugehen, dass auch die kommenden Monate erfolgreich werden. Natürlich richtet sich dieses Video jetzt hier nicht unbedingt an Unternehmer, die ein Multimillionen-Euro-Unternehmen haben und die halt einfach sich auf einen Geschäftsbereich fokussiert haben, sondern eher Unternehmer, die vielleicht gerade angefangen haben und für die zum Beispiel 1.000 oder 1.500 Euro im Monat einen wirklich großen Unterschied machen. Das Erste, was ich dir persönlich empfehlen würde, jetzt derzeit ist, auf organische Online-Verkäufe zu setzen, anstatt sich nur auf Plattformen zu konzentrieren. Nämlich das große Problem ist, dass sehr viele Leute sehr abhängig sind von vielen Online-Plattformen. Zum Beispiel, wenn du dir ein T-Shirt-Business aufbaust, dann wirst du jetzt höchstwahrscheinlich große Probleme haben. Wenn du dir zum Beispiel ein Unternehmen aufbaust, das im Bereich Dropshipping ist, wirst du jetzt höchstwahrscheinlich große Probleme haben und du wirst einfach mit diesen Geschäftsmodellen in nächster Zukunft nicht so viel Geld verdienen können. Und diese Zeit bis dahin sollte man A nutzen, um sich vorzubereiten, wenn man also Rücklagen hat, auf die Zeit sich vorzubereiten, die nach der Krise kommt, aber wenn du keine Rücklagen hast, dann ist dies jetzt die beste Zeit, sich einen neuen Einkommenstrom aufzubauen. Und hiermit meine ich einfach nur Folgendes, nämlich organische Online-Verkäufe soll bedeuten, dass du dir eine eigene finanzielle Infrastruktur aufbaust, die dir persönlich Geld ausspuckt. Zum Beispiel in meinem Fall ist das halt mein Teaching Hero. Über meine eigene Akademie kann ich meine eigenen Kurse verkaufen, ich verkaufe meine Mitgliedschaften, ich verkaufe Coaching und so weiter und so fort. Und meine Kunden, die halt praktisch über diese Akademie mir monatlich Geld zahlen, die sind halt für mich sehr, sehr wertvolle und natürlich auch sehr sichere Kunden, weil ich mir eigentlich keine Sorgen darum machen muss, dass irgendwas jetzt passieren sollte und ich komplett alle meine Kunden verlieren sollte. Das wird höchstwahrscheinlich bei meiner Akademie nicht passieren. Dasselbe gilt natürlich auch für zum Beispiel das Ghostwriting-Unternehmen, das ich derzeit im Aufbauen bin, wo ich Kunden habe, die halt von mir so oder so jeden Monat Bücher bekommen. Ich hatte bisher einen einzigen Auftrag erst im Ghostwriting-Bereich, der gecancelt wurde, hatte dafür aber weit, weit mehr Aufträge, die jetzt reingekommen sind. Nämlich sehr viele Leute machen sich jetzt Gedanken, machen sich Sorgen und denken sich, hm, wie kann ich jetzt noch ein Online-Business aufbauen und zum Beispiel E-Bücher verkaufen, ist eines der sichersten Businesses derzeit. Genau deswegen habe ich relativ viele Anfragen von Leuten, die sagen, Leon, ich brauche ein Buch, könntest du nicht mit deinem Team zusammen für mich ein Buch schreiben? Und diese Aufträge kommen, wie gesagt, derzeit rein. Deswegen kann ich auch jetzt schon mal sagen, dass gerade mein Ghostwriting-Unternehmen sehr viel mehr Geld macht, als es das in den letzten Monaten getan hat, weil halt einfach Leute Panik haben. Und du merkst daran einfach nur Folgendes, wenn du praktisch schon dir ein wenig Reichweite aufgebaut hast und diese Reichweite nun verwendest, um Leuten tatsächlich Mehrwert zu liefern, dann wird diese Reichweite auch einfach dir einiges in Geld ausspucken. Unter organische Online-Verkäufe verstehe ich aber auch noch Folgendes, nämlich ich habe derzeit haufenweise Kooperationen in der Röhre, also praktisch haufenweise Kooperationen sind derzeit in Arbeit mit anderen YouTubern, mit anderen Leuten, die halt organische Reichweite haben. YouTube zum Beispiel ist eine von diesen Traffic-Quellen, wo ich sage, die wird auch in Krisen relativ stabil sein. Ich gehe nicht davon aus, dass der Traffic in Krisen geringer wird. Ich habe jetzt in der letzten Zeit sehr, sehr kontinuierlich neue Videos hochgeladen und vor allen Dingen mit anderen YouTubern jetzt Kooperationen aufgebaut. Ihr werdet in der nahen Zukunft Folgendes sehen, nämlich dass komischerweise sehr viele YouTuber Bücher rausbringen werden, weil natürlich meine Ghostwriter, die ich jetzt hier in meinem Team habe, praktisch Bücher geschrieben haben für andere YouTuber, die die dann praktisch über ihre YouTube-Accounts verkaufen werden. Und das Schöne ist, ich bin natürlich im Backend an den eigentlichen Verkäufen beteiligt. Das heißt, auf was ich jetzt persönlich setze, ist, dass ich organische Verkäufe über die organische Reichweite von anderen Leuten bekomme. Weil nämlich meine organische Reichweite hat definitiv Limits. Ich meine, ihr merkt es hier bei dem YouTube-Kanal, ich kriege vielleicht am Tag 200, 300 Klicks auf die jeweiligen Videos, an manchen Tagen vielleicht auch mal 400 Klicks auf ein Video, bloß andere YouTuber, die halt mehr Reichweite haben als ich, aber keine ordentlichen Produkte haben. An die bin ich herangetreten schon vor einiger Zeit. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass so eine Krise kommt. Deswegen Glück hatte ich dann vielleicht ein bisschen, dass ich das früh gestartet hatte. Und habe denen, wie gesagt, angeboten, dass mein Team für die Bücher schreiben würde. Wirklich schöne Bücher, die sie dann an ihre Kunden verkaufen können. Und dafür wollen wir halt einen bestimmten Prozentsatz. Ich kann euch auch den exakten Prozentsatz sagen, nämlich 50% der Einnahmen. Und das, wie gesagt, hat ganz gut funktioniert. Jetzt kommen noch ein paar weitere Kooperationen hinsichtlich Online-Kursen, die halt auf meiner eigenen Akademie verkauft werden. Und vor allen Dingen auch über Digistore nochmal verkauft werden. Ja, das werden meine ersten Produkte tatsächlich auf Digistore drauf sein. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, ob ich es über Digistore oder Elo-Page hosten werde. Deswegen, wie gesagt, muss ich einfach mal schauen. Aber grundsätzlich setze ich halt derzeit einfach darauf, dass ich diese organischen Online-Verkäufe generiere, über die Reichweite von anderen Leuten. Dann natürlich grundsätzlich digitale Produkte und Online-Dienstleistungen zu pushen, ist, denke ich, die beste Sache, die man jetzt derzeit tun kann. Weil einfach die meisten physischen Dienstleistungen und die meisten physischen Produkte in den kommenden drei, vier, fünf, sechs Monaten jetzt nicht unbedingt sonderlich viel Geld abwerfen werden, sondern eher die vielleicht sogar noch Geld kosten werden. Deswegen ist jetzt die beste Zeit, Online-Kurse zu erstellen. Zum Beispiel halt auf Udemy zu publizieren oder in Online-E-Buch-Business zu starten und einfach mal sich ein E-Buch schreiben zu lassen oder selbst ein E-Buch zu schreiben. Oder ich denke, viele von euch haben sicherlich gemerkt, ich bin jetzt derzeit dabei, dieses Logbuch hier zu machen, wo ich halt durchgehend festhalte, wie viele Online-Kurse ich produziere. Das Logbuch ist auch wieder in der Videobeschreibung verlinkt. Und warum ich das natürlich auch mache, ist halt einfach, um die Einkommensströme zu stärken, die halt krisensicher sind. Zum Beispiel ein Einkommensstrom, der wirklich krisensicher ist, ist meine eigene Akademie. Oder zum Beispiel Udemy. Oder zum Beispiel YouTube. Und ihr merkt, dass ich da halt derzeit sehr pushe, indem ich halt viele, viele Videos rausbringe. Zum Beispiel eins vor zwei Stunden, eins vor 22 Stunden, 23 Stunden, einem Tag, einem Tag, zwei Tage und so weiter und so fort. Bei Udemy gehen halt alle drei Tage neue Kurse raus, sodass ich halt wirklich weiß, dass die Einkommensströme, die jetzt in der Krise für mich wichtig sind, die werden nicht geringer werden. Da werde ich eher sogar probieren, nochmal einiges nachzulegen. Und gerade auch bei YouTube haben sich die Einnahmen sehr, sehr gut entwickelt. Das heißt, über jetzt diese Krisenzeit, wo ich viele neue Videos rausbrachte, da sind halt auch jetzt mehr Einnahmen reingekommen. Wir können ja mal in die eigentlichen Einnahmen reingehen. Es ist jetzt wirklich kontinuierlich über die letzten Tage ein wenig gestiegen. Auch wenn sich das jetzt nach nicht besonders viel anhört oder es sieht nicht besonders viel aus, ist es dennoch eine Steigerung von immer ein paar Euro pro Tag. Und das ist halt schon mal ein ganz, ganz guter, sag ich jetzt mal, eine ganz, ganz gute Entwicklung. Ich sehe es auch immer hier an den Views, die ich in den letzten Tagen bekommen habe. 3000 Views kriege ich so gut wie nie innerhalb von 48 Stunden. Und deswegen bin ich auch sehr zufrieden damit. Und genau, deswegen alles läuft bei YouTube eigentlich wie nach Plan. Das A und O ist halt, dass ich weiter kontinuierlich hochlade. Und deswegen, mein Tipp wäre auch hier an dich, wenn du dir Einkommensströme online bereits aufgebaut hast, dann überlege dir, welche Einkommensströme sind tatsächlich krisensicher und kann ich diese Einkommensströme weiter pushen oder wie kann ich sie vor allen Dingen weiter pushen. Zum Beispiel bei Udemy, denke ich mal ganz klar, neue Kurse publizieren, gute Kurse publizieren. Bei YouTube kontinuierliche Videos hochladen, Premiere machen, dass Leute die Videos sehen, über zum Beispiel einen YouTube-Kanal Kurse promoten, auf Fragen eingehen, sodass halt die Leute, die Fragen gestellt haben, auch auf jeden Fall auf den Kanal draufkommen und sich die Videos anschauen und so weiter und so fort. Und bei mir ist es auch so, ich versuche zu analysieren, welche Videos haben gut performt. Zum Beispiel dieses Video hier zum Thema Amazon Mechanical Turk. Klar, das hat gut performt. Genau deswegen habe ich heute noch mal ein neues Video zu diesem Thema gemacht. Und das heißt, ich gehe jetzt einfach durch alle Videos durch, schaue mir an, was hat gut funktioniert, was hat nicht gut funktioniert. Und die Dinge, die gut funktioniert haben, die versuche ich jetzt einfach noch öfter zu tun. Dann die nächste Strategie ist die folgende, nämlich höherpreisige Produkte mit klarem Nutzen für Arbeitnehmer und Arbeitgeber anbieten und natürlich den Leuten helfen, von zu Hause aus Geld zu verdienen. Meine Aufgabe ist es, denke ich mal, auch hier mit diesem YouTube-Kanal und grundsätzlich den Produkten, die ich erstelle, Leuten dabei zu helfen, von zu Hause aus Geld zu verdienen. Weil gerade halt in dieser Situation und ich denke, in den kommenden Monaten wird es man noch mehr merken, genau in dieser Situation oder halt in den kommenden Monaten wird es sehr wichtig sein, dass Leute wissen, wie man von zu Hause aus Geld verdient. Nicht jede Person wird davon betroffen sein, von dieser Situation. Es wird viele Leute geben, die absolut gar keine Probleme haben werden. Ich denke auch, der Großteil der Menschen wird keine besonders großen Probleme bekommen, aber es gibt immer noch Menschen, die halt wirklich kaum Geld mehr reinkriegen werden, die dennoch die Miete zahlen müssen und nicht jeder Vermieter wird die Miete erlassen. Genau deswegen ist es gerade für solche Leute sehr wichtig, sich Online-Einkommensströme aufzubauen. Und was ich nun mache, ist folgendes, nämlich ich habe hier Dienstleistungen, die ich verkaufe, sei es nun zum Beispiel das Ghostwriting-Unternehmen, das heißt für andere Leute Bücher schreiben, sei es nun zum Beispiel das Coaching-Unternehmen, sei es Online-Kurse und so weiter und so fort. All diese Produkte versuche ich gerade in solchen Zeiten mehr zu pushen, weil ich weiß, dass sie Leuten mehr wird liefern beziehungsweise den Leuten ermöglichen, es ermöglichen, den ersten Schritt zu machen. Zum Beispiel, wenn du jetzt vor praktisch der Situation stehst und du weißt nicht, was du machen sollst und du hast auch nicht die Zeit, ein Buch zu schreiben, dann gehen halt viele Leute, so sieht es zumindest aus, zu mir und sagen, Leon, okay, schreib uns ein Buch, damit wir halt das Buch verkaufen können. Wir haben halt nicht die Zeit, ein Buch zu schreiben. Wir geben dir dafür die Zeit und die Möglichkeit und ich publiziere halt ein Buch für diese Leute oder ich erstelle ein Buch für diese Leute und diese können es dann verkaufen, haben ein eigenes Produkt und können damit direkt anfangen, Online-Geld zu verdienen. Und das, wie gesagt, ist das Schöne. Ich kann Leuten etwas anbieten, was ihnen direkt einen klaren Nutzen bringen wird. Das heißt, es geht wie gesagt darum, einen klaren Nutzen zu definieren und den für oder auf die Zeit, sage ich jetzt mal, anzupassen. Zum Beispiel jetzt gerade ein Buch für andere Leute schreiben, damit sie sich einen Online-Einkommensstrom aufbauen können und vor allen Dingen ist es natürlich auch wichtig, dass du solche Situationen ausnutzt, um wirklich dein Bestes zu geben und deine besten Produkte zu verkaufen. Bei mir ist es zum Beispiel so, und ich weiß nicht, ob das bei anderen Leuten auch so ist, wenn bei mir ein Produkt teuer ist, dann ist es halt wirklich ein Produkt, wo ich sage, das bietet sehr, sehr viel Mehrwert oder da wird halt ganz, ganz viel Arbeit rein investiert. Das soll jetzt nicht heißen, dass man einfach nur irgendwelche teuren Produkte auf den Markt schmeißt, sondern eher halt sagt, jetzt ist die Zeit, die Leuten wirklich weiterhelfen, die einen klaren Nutzen haben und die Leute halt aus dieser Situation rausholen. Und das, wie gesagt, ist meine Strategie. Dann der nächste Punkt ist natürlich nochmal der vierte hier, nämlich jetzt mit, jetzt ist die beste Zeit, Freelancer anzustellen. Ich denke, viele von euch werden sicherlich sagen, das macht euch jetzt absolut gar keinen Sinn. Warum soll ich denn jetzt in so einer Situation Freelancer anstellen? Zum einen, Freelancer suchen derzeit aktiv nach Arbeit. Sehr, sehr viele Freelancer sitzen auf dem Trockenen, weil halt die Auftraggeber die Aufträge nicht mehr an sie weitergegeben haben oder einfach, ja, Aufträge eingestellt haben. Das heißt, es gibt ganz, ganz viele Freelancer, die um deine Aufmerksamkeit buhlen, die um deine Jobs buhlen. Das heißt, du kannst natürlich auch besser in die Verhandlungen gehen, was den Preis angeht. Was mir vor allen Dingen wichtig ist, ist, dass ich jetzt die Situation im digitalen Bereich als einen Hebel verwende. Das heißt, dass ich jetzt anfange, mehr Kurse zu publizieren, dass ich anfange, mehr Videos zu machen und so weiter und so fort, weil die Situation es einfach, ja, zulässt, aber auch möglich macht. Die Konkurrenz ist derzeit nicht besonders stark, weil jede Person guckt, oh Gott, wie kann ich mein Unternehmen retten und wenn du klar, oder wenn du, sag ich jetzt mal, sicher am Sattel sitzt, so wie ich das tue und du hast einfach die Zeit und die Möglichkeit, zum Beispiel Kurse zu produzieren, Bücher zu schreiben und so weiter und so fort, dann ist jetzt der beste Moment, an seiner Konkurrenz, sich so ein bisschen vorbeizudrücken und in eine bessere Position im Longtime zu kommen. Deswegen, auf jeden Fall, jetzt einen Freelancer anstellen, der dir beispielsweise dabei hilft, Aufgaben zu erledigen, sodass du dich auf die wirklich wichtigen Sachen konzentrieren kannst. Und sonst natürlich, Kontinuität, das ist auch nochmal das A und O, seid wirklich kontinuierlich in eurem Arbeitsprozess, zum Beispiel, mir ist es so, ich bringe jetzt durchgehend neue Videos raus, ich habe weiterhin vor, wirklich kontinuierlich, wirklich 24, 7 neue Videos rauszubringen, immer wieder neue Premieren zu machen, sodass die Videos halt, ja, vor die Linse von den Leuten kommen. Ich versuche viel, viele, viele Kurse zu machen, sodass ich halt, auch was das angeht, Kontinuität bringe. Dasselbe gilt auch für meine Coachings, dasselbe gilt auch für das Ghostwriting Unternehmen, dasselbe gilt auch für Bücher. Und ich glaube, das A und O ist jetzt für jede Person von uns, dass wir kontinuierlich an unseren Zielen arbeiten und dass wir jetzt wirklich anfangen zu ackern, weil ich glaube, die Situation, die wir jetzt haben, ist nicht einfach, sie wird nicht einfacher werden und das Beste, was wir tun können, ist unser Bestes zu geben. Und das, wie gesagt, ist meine Strategie. Aber gut, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr diesen Kanal abonnieren könntet. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass wir uns bald in einem einer anderen Videos wiedersehen können.